Die Vorstellung von Jürgen, der Heitempack! Wir müssen rausziehen! Ich bin wehkippt. Nein, das ist nicht alles, aber auch nächste Fahrt, ich fühle dich an der Eskalität! Entschuldigung, sie wurde vom Alter, müssen wir zuschauen wieder, ob du da jetzt passt, oder? Reden, also müssen wir da mal aufstehen. Ah, sagst du mein Kollege. Möde, ich steh jetzt in einem Spielfahrt! Eine Pause anzugreifen, da erinnert euch! Ja, ja, klar. Na, nein, die Leute frei! Last die Leute frei, Last die Leute frei, Last die Leute frei, Yeah!